Morgen bin ich seit einer Woche hier in New York. Ich bin hier momentan für die Arbeit als Model für einige Monate und das sind die Dinge, die mir bisher aufgefallen sind. Erster Punkt, keine Chance, dass du hier günstig irgendetwas unternimmst, günstig wohnst oder günstig Lebensmittel einkaufst. Egal, wo du hingehst, du musst immer damit rechnen, dass die Preise ungefähr dreimal so hoch sind wie in Deutschland. Zweite Sache, die mir direkt aufgefallen ist, jeder ist hier gestresst und am Hasseln. Andererseits finde ich, die Menschen hier sind trotzdem auch unzuverlässig und haben auf jeden Fall nicht die deutsche Arbeitsmoral. Die dritte Sache, die mir aufgefallen ist, die Stadt schläft tatsächlich niemals, denn hier ist es non-stop laut. Und mich persönlich stört es jetzt nicht, weil ich weiß, es ist für eine absehbare Zeit, aber dauerhaft würde es mich schon stressen, wenn ich nie wirklich zur Ruhe kommen kann.